Gamebusters.de Deine Gaming Community Hallo Freunde Willkommen zu unserem neuen Hauptprojekt Deadpool Was zu Deadpool? Ja Deadpool Ihr kennt sich also Ich glaube mittlerweile kennt jeder Deadpool Und es gibt eben auch dieses nette Spiel dazu Und trautes Heim Wir fangen einfach mal an Wir spielen die Kampagne Wir spielen Deadpool Genetisch überlegen No no normal Ja genau Ein Zeitreisender Soldat Ja Cable Cable Service Cable Service Bisschen lauter Passage auf Boah Die Frames Die Frames sind gerade auf ungefähr 200 Über 200 FPS Ja Ja Peter De La Pena Wie fein musst du das letzte Spiel entdecken? Ja Schwein Jimmy Junkers Ja Ja Und wie ihr seht Deadpool ist ein bisschen schizophrenes Boah Deadpool durchbricht die fitte Wandlung Deadpool ist Deadpool Deadpool Und wie ihr seht ihr werdet ein Deadpool Film nicht zählt Freunde wer denn ein Deadpool Film nicht zählt hat Schaut's nicht an Geht's einfach ins Kino Geht's einfach ins Kino Geht's Ich denke spült's immer nur im Kino Okay Ja Kauft's euch die DVD Ja kauft's euch die DVD Oder VHS Oder das VHS Schreemt's einfach im Internet Die VRS Kassette die kann sich auch Stimmt ja Am besten einfach gleich das Filmband Jep He 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 Woo Deadpool Deadpool Ah Freunde das ist ein schönes Spiel Ja Ihr werdet zeigen es ist immer ein anderer Spieltyp Also sowas haben wir auf unserem Channel bis jetzt noch nicht gehabt Und spielen sie so eher Wirklich So Ja eh Schau Hack'n'Slash Schau Und er kaut sich seine geilen Eier Es gibt nicht so viele gute Spiele in Hack'n'Slash Was ist das Problem? Es gibt Deadpool Es gibt Devil May Cry Mhm Es gibt Magic Arising Und es gibt das geile Und es gibt das was? Ähm Dante's Entfernung Ja 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 God of War gibt's irgendwie da God of War ja Du musst sehen wie der Darkseid Du musst zählen wie der Darkseid Ja Darkseid Ja Der erste ist gratis Naja Das zweite ist auch gescheckt Nice Der Scheiß in dem Witz ist Wenn du das Spiel einmal durchspielst Funktioniert nicht mehr Ja Ja Ha 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 Roter Rakete Ja Oh ja hoher oder 14 Pf Na muss das auch Frau holen wir's für uns Ha Ha Weil es ist da Ja dann ist da die Style Für ein Anruf Was? Da? 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 Das war jetzt mein Handy Ja das war mein Handy Ja Wer ruft er an? Schau da ist Wolverine da oben Nolan Hey what's up buddy Nolan Christopher Nolan Ja Christopher Nolan ist seine Stimme Ja Fix Und er sagt wie es klingen ungefähr gleich Und deswegen Ja 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 Christopher Nolan hat nur ein viel mehr gesprochen Ja Nein 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 Christopher Nolan 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 North hast da verdammelt scheiße Okay Ganz daneben Nolan North ist Nathan Drake im englischen Wuuuh zum Beispiel und zum mehr nein und ich glaube du bist in den 5 also das was für die verdammte türen nehmen die türen ist jetzt level los wir müssen sie in den fortschritt machen die wachwürze der folge einfach das moment der geringer das ist die folge in seiner fahrzeugen wo ein brav ist so amal für damals was wurde weil es um Rumpen untergehen Jörg mit ihrem zufrieden das ist tot an dem Band und rechts deine lady deine lady x man ja wir machen wir mit x so irgendwer ja dann kriegt irgendwer auf nice so kann man trainieren oder? können wir? ja wirklich nichts das ist domino ja domino nice darf man Pornos schauen? ja natürlich sie wird Videos schauen ja schlimm sie wird abonnieren ja 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 weiter gehts im internet zurfen ja da gibt es nichts mehr oder? na du kannst weiter gehen in die Küche und aufs Klei in die Küche und aufs Klei und die Reihenfolge darfst du bestimmen in die Küche Fernsehen ja 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 jester fool simmichangas sind gut sie immer mit sowas gibt es bei uns überhaupt gerne? na du kannst es machen? nah nicht aber vielleicht werden wir gut Gitarren und was? Gitarrenzolo سj quiero nur noch so viel zu tun krimzimmer auch schon zu tun die Schöpfung immer zuerst Kacka oder die Klinik und Stinkwischung Das machen wir doch eh man. Um Keime abzutöten. Was ist das? Das ist ein Scheißzeug. Das ist ein Scheißzeug. Was ist das in seiner Bade, Mann? Irgendeine komische Flüssigkeit, die ich nicht betiteln kann. Immer dieses Mexican Fuß. Arsch, es beginnt mit Glitches. Freunde, wir sind unterwegs. Scheiß. Ja. Holy shit. Das wollte ich nicht sagen. Oh mein Gott. Was geht da ab? Scheiße. Oh fuck. Oh fuck. Ist das vom Spiel aus? Weg mich am Arsch. Ja, nicht absichtlich. Nicht absichtlich, da. Scheiße. Oh Freunde. Ich glaube wir müssen da abbrechen. Nein, warte, 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 warte. Genau, warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Ja, genau. Warte, 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 warte. Lens auf! Warte, 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 warte. Ah, du bist nur da nie? Oh fuck 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 f 44. Was sch immigrate? Ja, ok 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 ok. Wir sagen die Hate epische, im Anna ausver달�um. Du warte, idklese, osaf schnell. Ja, aber du hast immer nur die scheiß Gamera. Ja, was is just des? Leg mich mal. Leck mir Morsch! Das schaut so gut aus! Ah, das ist die Kamera, die im Klo ist! Verstehst? Die ist im Klo hängen geblieben! Ach, Scheißdreck! Was machen wir denn nun mal aufs Klo? Probier's! Probier's! Unerwarteter Scheißdreck hier! Unerwarteter Scheißdreck! Genau wegen sowas machen wir Youtube-Videos! Damit man sowas sieht! Wo bist du? Oh, einschalten! Scheiße! Oh, die Motherfucker! Von dem ihr alles Event triggern könnt jetzt draußen! Ja, das war gut! Ja... Wir gehen mal auf Stück! Ja, im Prinzip können wir die Folge auch pausieren. Weil das wirkt nicht so, als wird da noch viel rausgekommen. Ich weiß nicht, wo ich bin! Die Folge ist eigentlich ziemlich am Ende normalerweise, aber... Pizza, Pizza, Pizza! Pizza Time! Ja, geil, da ist Pizza, aber du siehst es nicht andere an! Leck mich am Arsch! Freunde, wir müssen da jetzt... Oh, wir müssen da jetzt... Sportfortsitzen! Sportfortsitzen! Spielfortsitzen! Wir machen mal! Ja! Ich hab's gewusst! Ich hab's gewohnt! Ein bisschen essen oder nein, danke! Tief, bis! Sigi! Sigi! Nur! Ja! Elendlichser! Was ist das denn? … Ver bleibenden Unterdenk wells, verscheidenわか, auch Kinsen der Badelehrer der Badelehrer der Sitzung und das ist ein bisschen länger der Karni Schaumann und die Orte mehr in Führung und auch heißen wir haben uns ein bisschen um okay heißt es muss uns ich meine die Welt sprechen es geht da nicht an die Todesfalle aber aber auch noch Bist du in den Kühlschrank schauehen? Oder Kabel eine hauehen? Gruppenzwang macht mich zum Trinker. Mehr! Das Spor spawnen einfach magisch wieder. Jetzt macht sogar diese wunderschöne Sternchen. Wenn man dann irgendwann schreibt... Naja, kann ich gar nicht so... Kaka! Ja, eben. Genau das ist es. Drei Uhr noch. Drei Uhr zum Öffnen. Äh, okay. Ja, da ist irgendwas. Geh! Kochen! Oh, guck! Ja! Ich hab auch ein paar Schinken. Pancakes. Sieh, ich hab auch der Pancakes. Macht er immer. Ja. Und dann macht er ganz viel. Dreck so. Victory. Smell's like, victory. Ich rechne mit Gesellschaft. Geil. Das ist, was er schon mal gemacht hat. Ja. Ey, es hat einen Comic geben, der hat so viel Pfannkuchen gemacht. So viele Pizze jetzt noch mal essen? Nein, die haben wir ja schon gehabt. Ja, haben wir schon gehabt. Der hat so viel Pfannkuchen gemacht, nur damit er die... Oh, Wasser trinken. Ja. Nur damit er die Hinsch-Astritz anzumachen. Hinstellen kann, damit irgendwer durch ein Dach fallen kann und dann er nicht stirbt. Und dann wieder mit die Scheißpfannkuchen an Fall. Okay. Wendet. Gut, Mann. Du könntest das aus dem Fenster mal schauen, oder so ist es konzentriert, was gibt. Wie viel brauchen wir denn nur? 2.2. 2.2. 2.3. 2.1. 2.3. 2.1. 3.1. 3.1. 4.1. 4.1. 2.1. 4.1. 4.1. 4.1. das ist genau wie viel jetzt Toro Boa meistens auch für jüngste den Arscher ist die die Erinnerung die Erfüllung nah was die Mäste ist die die Zoll ist keine Ahnung das sind schon Münchenstellung also um und im Kamm abzudrücken die ja, was bringt das schon jetzt? Bitte, bitte hängen mit Riesen Na, da hängt es nicht Ich weiße, was du fährst Ich auch nicht Schauen wir uns mal nach oben Der Rauf fällt Der rechts Oder ist kein Ofen Jetzt suchen wir aus Andere haben wir schon Andere haben wir schon Andere haben wir Nicht gleich den Hammer Vielleicht muss ich nur Hinsitzen Hinsitzen Ja, es ist nur auf dem Stuhl Oder es ist nur Fernsehen Nein, nur Fernsehen auf dem Stuhl Ja, ja Wobei das ist im Fernsehen schon gut, oder? Ja Wir müssen sowas mit der Nummer zeigen Ach du Scheiße, das muss doch jetzt funktionieren Gut zum Einschalten Aber es hat auch nicht nix braucht Leider Verstehen wir an Pizza Pizza Pizza? Da iss mir nur mit Direkt Keine Ahnung, nein, was denn mal Jetzt mal nur mit Pizza Wie ist vielleicht, haben wir vielleicht Sitz 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 Nichts Das sind Boxes Das ist ein Radl Das ist ein Tier Und Zum Angeben Und Da ist nix Und das ist mein Bett Und das ist mein Bay Und das ist mein Anzug Und das ist meine Waffen Und das ist mein Trainingsding Ich bin meine Kontinuieren Aber schon mal mehr Aus dem Fensterschein Aus dem Fensterschein Das gilt 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 Wir schaffen das Wir finden den Scheiß direkt Okay, wir haben das Wir müssen einfach irgendwo Vorbeigehen Damit man sehen Wo sie ist Oder hat das Klon zerr Ja, dann probier's Aber wie sollt ihr die Pizza ziehen und das Klon her Stimmt allerdings Und meine Stinkroos zu machen Oder hat er beim Obst ja nichts zorgt Weil du eben nicht gestorben bist, oder? Das kann sein Freunde, wir haben jetzt viel zu viel Zeit verbraucht in der ersten Folge Ja, wir haben ja gesagt, das machen wir in der ersten Folge Ja Okay Probieren wir nochmal Kacka machen Wehe aufstehen So, jetzt bitte Aber es war's nicht Wer ist so fucking hartnäckig und steht die ganze Zeit vor meiner verfickten Haustür Oder Wohnmustür, eher Wohnmustür ist bei dem Tisch nehmen so etwas wie das Gitarre nur Gitarren standen du könntest ja gar googeln ja gute Idee und wir lassen es bleiben nein ich würde so schief machen wenn wir schon Freunde es ist der Pool er mag Pizza Pizza Time er sucht und sucht nach Möglichkeiten die ihm Freude bereiten oh Deadpool Deadpool ich frage dich aus fuck, geht zur Scheiß Tür, es bringt nichts mehr ja, geht immer im Marsch jetzt hast du ja wohl ich bin bereit zu metzeln oder beben, denn ich will mir mein Kram spielen dich ist mit dem Bitte ich habe ein Package und 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 ich habe ein Package wo es in alle Geil. Oh Crayon is classy. Er kennt den Spielfang. Ja, viel zu gut. Spiel zu gut. Spider-Man. Ich werde das ganze Leben ändern. Du bist mit dem Geil. Was immer dort gestorben ist. Wo ist es? Das ist mein erstes Level. Und damit werden wir erst die Folge. Ganz genau. Also wenn es euch gefallen hat bis jetzt auch wenn nicht so viel passiert ist, dann lass uns doch ein Like da und kommt in der nächste Episode wieder vorbei. Wenn es wieder heißt Deadpool auf der Suche nach Jimmy Chang'e. Wir haben nebenbei auch so soziale Netzwerksseiten, wo das dann alles steht und da könnt ihr euch das anschauen und uns dann ein Like geben und mit uns in Kontakt treten, ja. Hallelolli!